In diesem Video mache ich Sissis Reinigungslotion, ihre Hautcreme, Kaiserin Elisabeths Erdbeergesichtsmaske und ihr Haarwasser. Cheers! Die Zeitangaben findest du in der Videobeschreibung und auch gleich hier, falls du ein Rezept direkt ansehen möchtest. Grüß dich, ich bin Grete, ich bin Fremdführerin in Wien und ich mache Videos für Wienbesucher und Wiener Decker. Kaiserin Elisabeth war berühmt für ihre vollen langen Haare. Als Shampoo hat sie eine Mischung aus Eigelb und Kognak verwendet und dann ihre Haare mit einem Brennnesselhaarwasser gepflegt. Dieses Haarwasser probiere ich heute aus. Alle Rezepte aus dem Video findest du übrigens auf meiner Website www.gretewalz.com Den direkten Link gebe ich dir in die Videobeschreibung. Für Sissis Brennnesselhaarwasser bringt ihr einen Viertelliter Apfelessig, einen Viertelliter destilliertes Wasser und den Saft einer halben Zitrone zum Kochen. Danach gibt man eine Handvoll Brennnesselblätter dazu. Das Rezept hat mir übrigens nicht verraten, ob die frisch oder getrocknet sein sollen. Ich habe einfach Brennnesseltee gekauft und die Beutel geöffnet. Jetzt lasst ihr alles 20 Minuten kochen. Auf meinem Kanal findet ihr noch mehr Videos, so sie seht, zum Beispiel zu ihrer Lieblingsnascherei, den kandierten Pfeilchen von Demol und zu Sehenswürdigkeiten in Wien, die ihr gratis besuchen könnt. Ich verlinke sie hier und in der Videobeschreibung. Nachdem das Gemisch 20 Minuten gekocht hat, gießt ihr es durch ein Passiertuch, drückt die Blätter aus und lasst sie abkühlen. Das Ganze hat beim Kochen übrigens sehr aromatisch gerochen und das meine ich jetzt nicht positiv. Und auch meine Haare haben nach der Anwendung nach nassen getragenen Socken gemüffelt. Aber sehen wir uns am besten gleich an, wie mein Selbstversuch gelaufen ist. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich übrigens über einen Daumen nach oben. Das Rezept sagt, man soll es ins Handtuch trockene Haare einmassieren und nicht ausspülen. Cheers! Okay. Ja. Okay, man soll das so ein bisschen einmassieren. Was für eine Sauerei. Ups. Okay, die Haare sind jetzt geföhnt. Persönliches Fazit zu dem Brennnesselhaarwasser. Ich habe jetzt nicht so den Mega-Effekt gemerkt, ehrlicherweise. Außer, dass es beim Föhnen etwas seltsam gerochen hat. Prinzipiell ist auch das Aroma von diesem Brennnesselhaarwasser nicht so meins. Ähm, es macht auch Flecken. Also, ähm, ja, das ist ungefähr so, wie es halt, äh, wie die Flecken dann aussehen. Der Versuch war lustig. Der Effekt ist jetzt nicht sonderlich groß. Ich würde es jetzt nicht nochmal ausprobieren. Als nächstes machen wir Sissis Hautcreme. Kaiserin Elisabeth hat eine Cold Cream verwendet. Das war eine Creme aus Walrad, weißem Wachs, süßem Mandelöl und Rosenwasser. Beim Rezept habe ich mich an der Creme Celeste aus dem Buch Sissis Schönheitsgeheimnisse orientiert. Diese enthält die gleichen Zutaten und war eine sehr übliche Hautcreme zu Sissis Zeit. Rezept und Buch verlinke ich euch auf meiner Website www.gretewalz.com. Den direkten Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Aber zurück zu Sissis Hautcreme. Dafür schmelzen wir in einer Porzellanschale über einem Wasserbad 50 Gramm Lanolin. Das ist dieser Fettbatzen. Und im Original wurde übrigens Walrad verwendet. Das ist eine fettige Substanz aus dem Kopf von Potwalem und heute ist es glücklicherweise nicht mehr erhältlich. Als Ersatz verwende ich eben Lanolin. Dann kommt 25 Gramm weißes Wachs und 50 Gramm süßes Mandelöl dazu. Jetzt wird alles zusammengeschmolzen. Danach kommt 40 Gramm Rosenwasser dazu, das separat erwärmt wurde. Okay, also diese Creme Celeste ist ziemlich hart geworden. Oh, okay, das ist wirklich hart. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwas schiefgegangen ist. Was seht ihr das? Da hat sich irgendwie so Wasser gesammelt. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch das Kondenswasser ist aus dem Kühlschrank. Oder ob sich da vielleicht irgendwie das Rosenwasser abgesetzt hat oder so. Wobei das Wasser riecht jetzt, es riecht jetzt nach nichts. Hm, schauen wir mal. Ja, es ist fast so ein bisschen wie Vaseline. Kaiserin Elisabeth hat die Creme auch als Grundlage für eine Sonnencreme verwendet. Dafür wurde Zink und Talg ergänzt. Vermutlich hat sie damit einen Sonnenschutzfaktor von 25 erzielt. Wenn du noch mehr zu Sissi erfahren möchtest, abonniere meinen Kanal und folge mir auf Instagram, um kein Video zu verpassen. Weiter geht's mit Sissis Reinigungslotion. Für Sissis Reinigungslotion lassen wir drei Blatt Gelatine für 5 bis 10 Minuten in kaltem Wasser quellen. Währenddessen bereiten wir das Wasserbad vor. Wichtig ist, weder Rührgefäß noch Löffel dürfen aus Metall sein. Das Rührgefäß darf das Wasser auch nicht berühren. Und das Wasser darf nur sieben, nicht kochen. Die Gelatine ausdrücken und in den Topf geben. Hier habe ich übrigens einen Fehler gemacht. Ich habe die Gelatine gleich mit dem destillierten Wasser in den Topf gegeben. Richtig wäre, Gelatine erst schmelzen und dann mit 60ml destilliertem Wasser, 180g Glycerin und ätherischem Rosenöl vermischen. Das Rezept sagt übrigens nicht, wie viel Rosenöl genau hinein soll. Ich habe daher einen ordentlichen Schuss hineingegeben. Dann so lange rühren, bis sich eine klare Masse bildet, in Tiegel abfüllen und abkühlen lassen. Falls von euch jemand Erfahrung mit selbstgemachter Kosmetik hat, die Reinigungslotion hat eine ziemlich komische Konsistenz bekommen. Das sehen wir gleich. Mich würde interessieren, ob die falsche Reihenfolge von Gelatine und destilliertem Wasser diese seltsame Konsistenz hervorgerufen hat. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das ist jetzt die Rosenreinigungslotion. Ist eher so ein bisschen gelartig. Schauen wir mal. Aha, okay. Das ist auch relativ fest. Ja, also wenig überraschend. Das ist halt wie so Gelatine. Okay, probieren wir das mal. Ist das vielleicht ein bisschen viel? Oh, okay. Ich habe keine Ahnung, wie man das auftragen soll. Ja. Ich weiß nicht, was soll das? Keine Ahnung, wie das funktioniert soll. Ja. Also, ja. Wenn man es ein bisschen länger auf der Haut verteilt, dann wird es durch die Körperwärme wieder ein bisschen flüssiger. Und ja, dann funktioniert es auch mit der Anwendung ein bisschen besser. Aber ganz ehrlich, ich würde mir einfach eine Reinigungslotion bei der Drogerie kaufen und fertig. Okay, es ist Zeit für das letzte Schönheitsrezept, das ich ausprobiere. Nämlich zermatschte Erdbeeren. Die dann ins Gesicht kommen. Und ja, offensichtlich macht das schöner. Wir werden es ausprobieren. Das ist schon wieder so eine Schweinerei, echt. Für die Schönheit. Ja, besser wird es nicht. Ich bin jetzt schon etwas demoralisiert nach diesen ganzen Fails. Ja, also so sieht das jetzt aus. Das sind halt gematschte Erdbeeren. Wie soll man das überhaupt ins Gesicht schmieren? Das ist ja nur flüssig. Ah! So. Aber es riecht gut. Also, im Unterschied zum Brennnessel Haarwasser. Ja, lassen wir es mal oben für ein Weilchen. Wenn es für die Sissi gereicht hat, dann wird es auch für mich reichen. Fazit zur Erdbeermaske. Ich finde, es hat so einen kleinen Peeling-Effekt gehabt. Und von allen Rezepten, die ich ausprobiert habe, finde ich, war das noch der kleinste Fail. Und das Gute ist, ich kann den Rest jetzt noch gemeinsam mit Joghurt verdrücken. Na dann, tschüss, baba! Geht's. Ja! Ja.